Wir werden zu allen Regenbogenfreunden in Roblox. Es wird wirklich sehr, sehr krass. Guck, das Video ist zum Ende und viel Spaß. Sag mal, Kasper, jetzt ist genug Fernsehen geguckt. Mann, ich will noch, bitte noch 10 Minuten. Ey, noch 10 Minuten. Du guckst seit 2 Wochen durch, geht nur Fernsehen. 10 Minuten, bitte. Das ist doch in Ordnung. Ich hab was für uns organisiert. Das ist aber ganz speziell. Wir können nämlich uns in die Rainbow Friends verwandeln. Diese gruseligen Monster, da willst du dich rein verwandeln? Wir können Blue, Red, Orange, Green, wir können alle werden. Wie das denn, bitte? Guck mal, das Ding ist uns zu verwandeln. Oh mein Gott, was ist hier vorbereitet? Ich will orange sein, ich wollte schon immer der orangene sein. Dann kannst du der orange sein, aber bevor du raufgehst, müssen die Leute erstmal den dicken Daumen nach oben verlassen. Mach das auf jeden Fall sofort. Und ich würde sagen, dann gehen wir rein. 3, 2, 1, und... Wow, guck mal. Nack, 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 nack. Du bist der hier, ne? Ja, der hier, der hier, der hier rumspringt. Ich bin der orangene Regenbogen. Ey, lass mal hier in den Raum reingehen. Guck mal, wie wir einfach aussehen. Oh, guck mal. Aua. Wie machst du das? Wie machst du das? Gar nicht. Einfach, wenn ich aufhör zu laufen, dann liegt der auf einmal. Als ob. Okay, warte mal. Ich will, glaube ich, doch der blaue sein. Nicht der blaue, das ist der krasseste. Den machen wir zum Schluss. Den machen wir nicht. Na gut, okay, du hast recht. Dann machen wir den. Ja, ja, nimm erstmal einen anderen. Wir können nämlich auch in die Rainbow Friends Welt rein, ne? Alter, jetzt sind wir einfach Regenbogenfreunde. Jetzt sind wir einfach selber jetzt, ne? Wir sind einfach in so einem richtig krassen Traum. Und können jetzt das komplette Rainbow Friends Erlebnis erleben als die Charaktere selber. Ey, was ist hier alles noch? Guck mal, hier sind immer noch so Pfeile. Das ist ja wirklich 1 zu 1 nachgebaut. Also es ist halt echt 1 zu 1 nachgebaut, ne? Das Ding ist doch einfach nur, dass wir jetzt die Rainbow Friends sind. Und wenn Leute jetzt hier gleich vorbeikommen, hast du immer den Lagen. Stimmt, dann können wir die erschrecken. Okay, ich hoffe, da kommt gleich jemand. Was ist denn das hier? Hä? Kennst du die Leute, die Mainstage? Ne? Das muss irgendein Easter Egg Room sein. Genau, das ist so ein neuer. Ne, hier ist doch der Raum mit dem Kuchen, glaube ich, ne? Ja, stimmt. Ah, und diesem Ütchen. Oh mein Gott, guck mal, da bin ich hier. Guck mal, sag, vergleich mal. Stimmt. Poster und ich. Vergleich mal daneben. Ich gucke mal ganz kurz. Ja. Ja, ja, ja. Kannst du so beißen? Ja, kann ich auch. Warte, drei, zwei, eins. Jo. Was? Ja, ich würde ein bisschen aufpassen, wenn ich... Und kannst so coole Sachen machen und ich kann nichts machen. Ich würde ein bisschen aufpassen, wenn ich du wäre, Freundchen. Du hast so eine Tasche... Okay, eine Tasche habe ich aber auch. Oh, hast du auch. Aber guck mal. Das ist schon cool gemacht. Oh, die Glüphel, die ich habe. Wenn ich daran reibe, dann redet die. Soll ich mal machen? Okay, reib dran. Du kannst irgendwas fragen. Frag einfach irgendwas. Okay, ist wie so die magische Miesmuschel. Ich frage dir jetzt. Warte ganz kurz, ich reib dran. Ja. Oh, okay. Oh. Ich frage es jetzt. Hat schon jeder Zuschauer abonniert? Nein. Was? Oh mein Gott, was? Leute, was macht ihr denn? Ich muss abonnieren. Abonniert mal sofort jetzt hier. Was soll das denn? Aber echt, aber cool, dass so eine Lampe funktioniert, ne? Finde ich auch, finde ich auch. Okay, was können wir uns noch angucken? Wir können nochmal zurückgehen. Und zwar hier auf die Kurve, das können wir noch mehr entdecken. Der grüne, Alter, was ist mit dem denn los? Den spiele ich auf jeden Fall auch gleich. Der ist richtig crazy. Den finde ich auch cool. Sag mal ganz ehrlich, welchen findest du am krassesten von denen? Von den Rainbow Friends? Ja. Ich muss schon sagen, warte, kann ich auch durchgehen? Hier so der Geheimdick. Geheimdick ist abgesperrt. Hä? Also ich muss sagen. Lol. Ich hänge. Warte mal. Was machst du da? Find ich hier, ich kriege, glaube ich, einen Geheimraum jetzt raus oder so. Oh ne, ich bin wieder frei. Okay, schade. Du bist wahrscheinlich in der Lüftungsschacht zurück, wo du immer so hergekommen bist. Ja, ja. Das hat weh getan. Welchen findest du am krassesten? Also ich muss sagen, der coolste, der ist schon eigentlich der blaue. Der blaue ist schon eigentlich sehr cool. Und wieso? Und wieso? Weil der hat eine Krone auf. Der ist so der Rainbow Friends König. Sagst du, der ist der Hauptmann sozusagen. Der Haupt Rainbow Friends. Ja, das ist mega, mega cool. Ey, uns verfolgt hier jetzt der Grüne. Das machen wir ein bisschen Angst. Ich glaube, der will uns irgendwas zeigen eigentlich nur. Vielleicht sollte er uns auch wieder verhandeln. So, lass mal ganz kurz zu dem Dings hier gehen. Zu der Burg. Warte mal, hier ist doch noch ein Geheimweg. Können wir uns gleich wieder weiter verwandeln? Was? Wir entdecken hier die geheimen Ecken. Alter, guck mal hier oben. Hier ist mein Schlafplatz. Gute Nacht. Schlafgut. Und ich beobachte alle von hier oben. Rau, 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 rau. Runter hier, sofort. Du bist voll so ein Jumpscare. Rau, 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 rau. Runter. Ich will das auch können. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Warte mal. Guck mal. Ich hält ihn fest. Oh, geht auch nicht. Oh nein. Okay, okay, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Lass mal da vorne dann weitergehen. Ja. Und dann am besten gleich zurück. Oh Gott, hier ist ein bisschen undicht, glaube ich. Ich glaube, hier hat jemand zu... Hier bist du als Toter. Guck mal. Alter. Alter. Mein Kopf liegt auf dem Boden. Hey, warte mal. Wenn das dein Kopf ist, das ist ja nur ein Helm dann. Wer bist du dann wirklich, frage ich mich gerade. Ich kann mal ganz kurz in mich reingucken. Ja, mach mal. Und ich kann mich nicht so sehen. Doch, hier ist das Gesicht von mir. Hier, guck mal, da stehst du doch auch nochmal als Double hier am Computer. Ja, ja. Was ist mit dir? Du bist doch irgendwie... Ich glaube, die haben herausgefunden, dass wir uns verwandelt haben. Das soll jemand anderen nehmen. Komm schnell weg, wir müssen uns echt verwandelt. Oh, wo lang, wo lang, wo lang runter hier? Ich glaube, hier unten. Oh. Oh mein Gott, was ist hier alles? Hier ist diese Mine. Aber es sieht schon ein bisschen anders aus. Das ist echt... Guck mal. Jetzt kann man hier unter drunter durchgucken. Da waren wir schon. Das haben wir schon mal gesehen. Und da kommen wir aber nicht unter durchgucken. Ich kann ja so was klettern, ne? Alter, das ist echt nach Geheimweg oder sowas. Okay, warte, dann kommen wir jetzt schnell nach oben. Lassen wir uns mal verwandeln. Da oben, da oben. Im Theater hier, im Theater. Neue. Oha, warte mal, was ist das denn? Ja, hallo, nach oben haben wir gesagt. Nicht aufhalten da. Okay, ich komm, ich komm. Ich habe gerade noch was gekriegt. So, Sub-Level A. Okay. Warte, wo sind wir denn jetzt? Im Theater, die Kamera, die Batterien sind alle da. Genug... Warte mal, ich habe hier Hunger. Weißt du nicht, dass ich Hunger habe? Hier oben hole ich mir noch mal kurz was. Schnapp dir alles. Genau. Oh, lecker. Nom, 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 nom. Das schmeckt gut. Das ist so cool, dass wir als jeden Rainbow-Friend spielen können. Ich muss auch sagen, jetzt langsam habe ich bei dem Orangen schon alles gesehen. Ich würde echt jetzt gerne mal einen anderen nehmen. Okay? Ja, ich würde auf jeden Fall jetzt auch einen anderen nehmen. Also, was nimmst du jetzt als Verein? Weißt du das schon? Ey, das glaube ich nicht. Wir sind im Kreis gelaufen. Genau, wir müssen hier wieder zurückkommen. Lass hier wieder zurückgehen. Oh mein Gott. Alter, wieso sieht der so krass aus? Der sah richtig verrückt aus. Der sah richtig krass aus gerade. Okay, weiter geht's. Richtig gruselig und so sah der aus. Alter, was war mit dem? Ich glaube, pass auf, ich glaube, ich nehme erst gleich auf jeden Fall einen, der so Jumpscares machen kann. So, hier kommen wir nicht rein. Von hier sind wir gekommen. Ah, okay, okay, okay. Hier lang, ja. Aber ich kann da nicht durchkrabbeln. Du kannst doch gleich durchkrabbeln. Ich dachte, ich... Nee, nee, der ging auch nicht. Ich dachte, ich bitte. Na gut, okay, dann... Ich bin jetzt hier durch... Oh, da! Da ist Randall. Oh! Randall? Moza G. Ja, stimmt. Einen Abend wieder heiß. Aber Randall... Jetzt checke ich erst, wen du meinst mit Randall. Ja, natürlich. Das checke ich. Der sieht doch nicht ansatzweise so aus. Klar. Hat auch vom Gesicht her ein bisschen. Vom Gesicht her so ein bisschen stimmt. Der sieht voll so aus. Okay, warte. Ähm... Oh! Oh! Welchen nimmst du? Welchen nimmst du? Ich nehm den pinken. Oh! Was? Alter, Randall! Randall, was geht ab, Alter? Mega cool aus. Ich nehm hier... Komm schon! Ich nehm... Den gelben! Bam! Oh mein Gott, du bist der gelbe! Alter! Den kenn ich aber gar nicht, den gelben, ne? Den kenn ich... Den gibt's eigentlich auch gar nicht. Den gibt's eigentlich auch gar nicht. Also eigentlich gibst du den Orangen schnell. Ach, den gibt's eigentlich gar nicht? Nee, nee, den haben die dazu erfunden. Den irgendwelche Leute. Und noch den Randall hier, oder was? Ja, ja, den Randall gibt's auch nicht. Ey, hau mal ab da! Was soll'n das? Hau mal ab hier, du... Mir viel zu hell! Paul, wer... Okay, warte mal. Was ist denn jetzt hier vorne? Ähm, okay. Lass mal Leute erschrecken. Was... Zeig mal deinen Jumpscare. Hier, den Typen hier. Guck mal. In den roten Hand. Du hast so'n Jumpscare und ich hab' keinen Jumpscare. Hast du... Ich mach mal, ich mach mal. Das war's schon. Nee, den will ich den anderen annehmen. Ich geh' zurück mit meinem Bein bei. Ich hab leider keinen Jumpscare. Ich will auch einen Jumpscare haben. Du fragst doch mal ne Frage, die magische Glühlampe, okay? Ich aktivier' die hier in der Ecke. Ja, dann müssen wir da vorne hier... Genau, hier einfach so's hingehen. Und, bist du bereit? Ja, ich aktiviere. Und jetzt musst du erst dran reiben. Okay, warte. Ich reibe dran. Sehr gut. Oh mein Gott. Okay, jetzt hast du Gini. Ich stelle die Frage, Kaspar. Okay. Ich stelle die Frage. Äh, wie viele Leute gucken dieses Video? Oh. Was sagt sie? Sagt die irgendwas? Was ist es nicht? Die antwortet gar nix drauf. Ah, ich glaub' die kann nur Ja oder Nein Fragen beantworten. Oder weil wir grad noch aufnehmen. Vielleicht deswegen, was da eigentlich online ist. Das kann auch sein. Okay, ich stell' du noch mal ne Frage sonst. Okay, warte. Ich reib dran. Oder reib du dran, ja? Oh. Okay. Ja? Wann kommt Kapitel 2 Rainbow Friends? Sehr bald, du ungeduldiger. Ey, was? Wieso redet die so komisch? Das ist ja echt so cool. Hä? Alter. Ich hab'n bisschen Angst, dass das Kapitel 2 nicht kommt, so wie bei Spider. Kennst du Roblox Spiders? Oh mein Gott, stimmt. Da sollte doch immer schon Kapitel 2 kommen, ne? Ja. Da kam nie in Kapitel 2, wo das eine Milliarde Spieler hat. Voll doof. Du hast recht. Alter, eine Milliarde. Okay, aber pass auf. Lass uns jetzt mal das zum krassesten Rainbow Friend Monster verwandeln, okay? Oh mein Gott, du hast recht. Okay, warte. Ich komm' zurück mit meinem schnellen Tempo. Ja. Alter, da bin ich ja 10 Mal gelaufen. Warte, okay. Ich hol mir kurz ein Brötchen, solange du noch brauchst, ja? Ja, guten Tag. Ich hätte gern ein Brötchen zum Mitnehmen. Alles klar, vielen Dank. Jo. Ciao, ciao. Danke. Ach, da bist du erst. Ich bin der Rainbow Friend. Wo willst du hin? Wo läufst du hin? Wo läufst du hin? Hier. Ah, das bist du. Ich dachte, du wärst ein Anderer. Alter, du bist ja richtig eine lahme Kröte. Du bist ja richtig langsam. Okay. Das bringt dir aber auch nichts. Das bringt dir aber auch nichts. Hä, klar. Ich bin mega, mega cool. Was laberst du denn? Okay, du siehst es vielleicht schon. Es gibt hier zwei Blaue. Welcher willst du sein? Ich will der coolere Blaue sein. Dieser leuchtende hier? Ja. Ja, der will ich sein. Okay, okay. Ich nehm den normalen einfach. Ich bin wieder drauf gegangen. So, jetzt verwandle ich mich jetzt zurück. Verwandlung. Die Verwandlung findet statt in... Ey, ich länge hier im Brunnen jetzt. Okay, warte mal. Ich hing da irgendwie fest. So. Die Verwandlung findet statt in... Drei. Zwei. Eins. Wow. Alter. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Alter. Und ich seh gerade, du hast auch ne alte Krone. Also, du bist irgendwie so ein gehackter Rainbow Friend, ne? Ich bin irgendwie... Keine Ahnung. Ich hab auch immer mein Auge. Hör mal ein eines Auge an. Das leuchtet auch so komisch rot. Kannst du daraus schießen? Das Auge sieht ein bisschen aus wie die Glühbirge. Warte mal. Ich will dir mal was zeigen. Ich hab dir gerade was gesehen. Ich will dir mal was zeigen. Guck mal auf mich. Warte, lass kurz irgendwo hingehen, wo nicht so viele sind. Hier drüben oder so. Genau, lass mal ein bisschen weiter. Ey, das ist voll cool, dass ihr jetzt Rainbow Friends einfach spielen könnt. Das ist so cool. Warte mal. Okay, bist du bereit? Jetzt guck mal auf einer... Mal gucken, ob dir das auffällt, ja? So, du weißt ja, als Rainbow Friend ist man immer viel unterwegs und das ja auch anstrengt. Und deswegen... Und siehst du, was ich meine? Siehst du nicht? Warte, high five. Und jetzt. Yeah. Was soll ich sehen? Was soll ich sehen? Hä? Meine Achseln, die stinken. Ich bin richtig am Schwitzen. Guck, wie ich am Schwitzen bist. Ist das voll... Hä? Ich weiß. Ist das voll eklig. Geh dich mal duschen. Ja, mach ich jetzt auch. Um dich auf deinen Bauch einzuziehen. Ja, mach ich gar nicht. Ich sitze hier ganz normal aus. Du siehst deinen Bauch ein. Das sehe ich doch ganz genau. So, darf ich... Nicht mit... Hallo, kannst du bitte aus dem Duschraum raus? Ich will hier in Ruhe duschen. Ich will hier in Ruhe duschen. Warte doch da kurz. Nicht gucken. Ich muss auch gucken. Nicht gucken. Mann, ey. Ich muss auch wirklich... Ich muss auch wirklich duschen. Wie macht man die an hier? Wer du guckst? Wie macht man die an hier? So. Einmal da oben ein bisschen rumschrauben. So. Nicht gucken. Hey! Geh weg. Ich dusche nicht, wenn du guckst. Ich guck nicht. Ich dusche nicht, wenn du guckst. Okay. Jetzt aber. Du stinkst. Und angeschalten. Oh, hier auch unter den Achseln ein bisschen. So. Sehr gut. Ja. Hier oben nochmal ein Stück. Ja. Zack. Hier. So. Ist wieder... Du sollst nicht gucken. Ey. Du sollst nicht gucken. Mein linkes Auge ist doch zu. Siehst du doch. Du hast geguckt, ey. Was soll das? Was soll das? Freunde, lasst ein Like und noch ein Abo dafür. Den zweiten Part. Tut mir den Gefallen, für den Eintracht. Und wir sehen uns morgen. Nächste Video hat einen wunderschönen Tag. Bis dann. Und ciao, ciao.